Hallo meine Lieben, ich habe euch ein kleines Weihnachtsgeschäft mitgenommen in Form von einem Video. Es ist was, ja, was Kleines und ich hoffe es gefällt euch trotzdem weiterhin, weil ich jetzt aktuell leider nicht zu mehr schaffe. Aber es ist trotzdem mit sehr viel Liebe und Aufwand gemacht und ich hoffe es gefällt euch einfach und ja, zum Anhang noch dazu, ich wünsche euch schon mal einen frohen Weihnachten, frohes neues Jahr, da das Video relativ zeitgleich kommen wird und ja, feiert schon mit eurer Familie und lasst uns nicht zu sehr von der aktuellen Situation unterkriegen. Macht das Beste daraus und ja, macht es einfach ein für euch, gemütlich und schön. Das war es auf jeden Fall meinerseits und viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns das nächste Mal. Hallo. Also, hallo Leute, wir sind hier in Rewe. Ja. Ja, meine Wenigkeit ist auch am Start. Guck mal in die Waffeln. Willst du die misslehen? Nö. Aber was sind Waffeln? Ich glaube, an der Kasse muss ich die Magie reinigen. Also guck mal, wie es hektisch wird. Ich weiß auch immer, ich habe es hier. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass ich alles war. Also ich kriegst du alles. Ich kriegst du alles. Ich kriegst du alles. Ich kriegst du alles vor allem. Ich kriegst du alles vor allem. Du wurdest mich auch nicht. Was brauchst du noch mal? Normale Sahne. Da ist Sahne. Das ist Sahne. Das ist Sahne. Ich weiß nicht. Äh, äh, wir schützten uns vor Corona. Ja, eine Vorsichtsmaßnahme. Ja. Komplettmaske? Ja, genau. Das andere war uns zu Standard. Wo ist denn hier normale Sahne? Ich weiß es nicht! Sieht für mich alles gleich aus. Es ist alles saure Sahne. Es gibt keine normale Sahne mehr. Was ist denn normale Sahne? Ist das normale Sahne? Nein, das ist man. Ja. Vielleicht bei der Milch? Die Sahne, die hat halt 2020 gesehen und dann wurde es dann sauer. Das ist Schlagsahne. Da haben wir Schlagsahne. Hier sehen Sie einen Hund, der gerade Sahne kauft. Schlagsahne. Das ist ein Wolf. Hund. Nein. Gameboy. Ja. Ja. Es ist noch nichts kaputt gegangen. Noch nichts. Wir haben jemanden von da oben und das stimmt eigentlich. Nein. Ich brauche es weg. Und warte, ich will auch einen rausholen. Ja. Das sieht unbeholfen aus irgendwie. Fünf. Eins noch. Ja, wir haben gekauft. Sechs. Juhu. Ja. Hier. Jetzt brauchen wir den. Mach mir. Ich suche den Käse. Käse. Der Käse. Der Käse ist da hinten. Wir brauchen Käse. Käse Leute. Das ist gemein, ich kenne auch nicht. Die Sonne, das wenn man jetzt uns alle sieht, aber... Das hat mir kein Gefällt. Ne. Gut, jetzt holen wir jetzt Käse. Käse ist da. Das ist sehr geil. Glaubst du, mir fällt das nicht... Oh, Ofenkäse! Oh mein Gott! Voll geil. Das ist doch Ofenkäse. Das muss man kaufen, wenn man... Ah, ja. Aber, ich... Jetzt lauf nicht weg! Dann füllt das Ding 100 Pro runter. Dann füllt das Ding 100 Pro runter. Meine Sonne hat uns nicht verabschiedet. Ah! Das ist wie ein Popo. Thank you. Was für ein Nudel aus Suppen-Nudel? Ja. Ach du Scheiße. Ich? Ja. Meint ihr eine Packung rein? Ja. Das hat ein Puppi. Gut, also dann war es für das Essen immer alles klar. Das sieht so aus. Oh nein! Oh nein! Die Passe! Das ist da, wo sie werden soll. Ich glaube ja. Der hat nur Raksa ergattert. Äh Monster. Nichts, nicht. Ja. Aber das ist das jetzt. Komm schon mal Dreck. Ja. Ja. Ja, da hinten gibt es auch Pupps. Eins mit der Natur. Sie hat sich voll viel Mühe gegeben, den Pute anzuziehen, nur für scheiß Reweeinkauf zu gehen. Wofür rutscht er in der Pute? Kann sein, dass das weiter vorne ist, also da. Ich mache jetzt Selfie-Video. Die ist hier mit 20 Mal runtergefallen. Nur. Kannst du die halten? Ich glaube, die passt nicht mehr in die Küche. Das ist ein guter Baby. Das ist der First-U-Catwalk im Rewe. Da läuft Müll, da läuft der Abfall der Gesellschaft. Schaut euch das an. Warum hat sie nur so ganz gesorten? Warum hat sie nur so ganz... Ich habe aber dafür... Aber ich glaube, da ist auch noch was. Wo? Das! Oh mein Gott, hier ist ein Neuer. Die Kacke. Der ist neu. Gleich platzt die Sahne. Wollen wir denn? Ich habe alles, ich bin zufrieden. Gut. Hast du alles? Ja. Kacke? Kacke! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020